In diesem Video gebe ich dir drei Tipps, wie du in Logic deine Drumspuren perfekt organisieren kannst, damit das Schlagzeugabmischen nicht zur Neverending Story wird. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Wenn du effizient und schnell in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow Checkliste. Die habe ich unten im ersten Kommentar angepinnt und da gebe ich dir 10 Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv verschnellern kannst. Wenn es um Schlagzeug abmischen geht, gibt dir Logic schon einige gute Werkzeuge an die Hand, aber zu einigen Techniken bekomme ich immer wieder die gleichen Fragen und die hoffe ich jetzt mit diesen drei Tipps beantworten zu können. Fangen wir mal an mit Tipp Nummer 1 und der ist, lege dir Gruppen an. Wir können mal ganz kurz in diese Spur hier rein. Ich habe mir also hier diese Drumspuren schon vorgemischt ein bisschen, das kannst du hier sehen. Und um jetzt die Drumspuren gut bearbeiten zu können, ist es gut sich Gruppenspuren anzulegen. Als erstes mal lege ich mir den berühmten Summenstapel an, hier in Logic. Dazu halte ich die Shift-Taste gedrückt, markiere hier die erste Spur und jetzt habe ich alle meine Schlagzeugspuren hier markiert. Und jetzt kannst du hier oben, wenn du den Shortcut nicht weißt, auf Spur gehen und dann kannst du hier auf Spurstapel erzeugen gehen. Das ist bei mir der Shortcut S, den habe ich mir angelegt. Und ich erzeuge jetzt einen Summenstapel und jetzt siehst du hier, kann ich über diesen Summenstapel laufen jetzt meine ganzen Einzelspuren von den Drums. Und den kann ich hier einklappen und dann habe ich eine schöne, gute Übersicht in dem Arrangierfenster. Schreib mir einfach mal Drums hin. Und das wäre schon mal das Erste, so kannst du dir eine Gruppenspur anlegen. Jetzt aber zu Tipp Nummer 1, wie du noch besser arbeiten kannst, auch in dieser Gruppenspur ist, indem du deine Drumspuren in einer Gruppe selber organisierst. Ich fahre hier jetzt einfach drüber, halte die Maustaste gedrückt und jetzt siehst du hier den Reiter Gruppe. Ich kann also jetzt meine Einzeldrumspuren einer Gruppe zuweisen und ich gehe jetzt auf Gruppe 1 neu. Und ich kann jetzt hier verschiedene Sachen festlegen. Wir nennen diese Spur Drums, richtig, weil es sich ja hier um Druminstrumente handelt. Und wenn ich jetzt hier aufklappe, kann ich auf Einstellungen gehen. Und was ich immer wähle, ist Bearbeiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel am Timing von dem Drumset arbeiten möchte und schiebe eine Hihat ein kleines bisschen vor, dann gehen die Toms, die Snare Drum, die Bass Drum, schiebe es dann auch ein kleines Stück vor. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit keine Phasenschweinereien entstehen und damit das Drumkit nachher auch nicht völlig aus dem Timing gerät. Deswegen ist es gut, wenn du Bearbeiten nimmst, um hier sicherzustellen, dass du das Schlagzeug als ein Instrument bearbeitet, was es ja auch ist. Ich lasse hier Volume und Stummen und wir können hier zum Spaß noch Farbe auswählen. Und Panning und sowas lasse ich immer aus. Wir könnten hier noch Solo wählen, dann kannst du, wenn du eine Spur zum Beispiel stumm schaltest, dann ist das ganze Schlagzeug stumm geschaltet. Das musst du aber für dich entscheiden. Okay, das wäre also die Gruppierung der Spuren. Und da ich jetzt Farbe ausgewählt habe, ist es natürlich auch relativ einfach, das Schlagzeug hier einzufärben für eine Farbe. Und zwar, indem ich jetzt hier über den Shortcut Alt C die Farbpalette öffne. Und wenn ich jetzt hier eine Farbe auswähle, nehmen wir mal rosa, dann haben wir lauter rosa Schlagzeugspuren bis auf die Summing-Spur oder auf die Gruppenspur her. Aber das ist ganz gut, wenn die eine andere Farbe hat. Wenn du möchtest, dass im Arrangierfenster hier die Spuren korrespondieren zum Mixer sind, markierst du einfach alle über Command A. Du kannst hier auf Funktionen gehen und dann hier Regionen zählen nach Spurfarbe färben machen und dann haben wir hier auch alles schön rosa und das sieht ja wunderbar aus. Und was wir jetzt auch noch gemacht haben, dadurch, dass wir die Drums hier gruppiert haben, wenn ich jetzt hier einen Fader ziehe, nach oben oder nach unten in der Lautstärke, dann siehst du, dass alle anderen Spuren oder alle anderen Volume-Fader folgen. Das ist sehr geschickt, denn so kann ich jetzt hier alle Drum-Spuren korrespondierend zueinander im Verhältnis zueinander lauter oder leiser machen. Und damit kommen wir zu Tipp Nummer 2 und das ist der VCA-Fader. Also, wir haben jetzt alle eingefärbt und wir können die Lautstärke hier, wenn ich an einem Drum-Instrument ziehe, für alle Drum-Instrumente, also Toms, Kicks, Snares, lauter und leiser machen. Es gibt aber auch noch einen anderen Weg, wenn dir das jetzt so unübersichtlich ist zum Beispiel und das ist über einen VCA-Fader. Wenn ich hier rechts unten draufklicke auf so eine Spur, dann kann ich hier Channelschip-Komponenten auswählen und ich gehe jetzt hier auf VCA. Was ich jetzt hier machen kann, ist diesen VCA-Fader zuzuweisen bzw. Instrumente dem VCA-Fader zuzuweisen und ich nehme jetzt hier einen VCA-Fader für diese Spuren hier und den bezeichne ich auch als Drums. Hier läuft jetzt durch diesen VCA-Fader läuft jetzt kein Audio-Material durch, sondern es ist nur ein Lautstärke-Regler für mein Schlagzeug und ich kann es muten und ich kann es solo schalten. Und zwar ohne, dass sich die Fader hier bewegen. Ich lasse mal das Schlagzeug laufen und ziehe dann hier lauter und leiser an dem VCA-Fader. Okay. Stumm. Solo würde es keinen Sinn machen, weil es eh schon alleine spielt. Ja, aber das ist klar. Es ist also nur ein Lautstärke-Regler, ein Volume-Fader, Fader für dein Drum-Kit. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn das dir hier ein bisschen zu unübersichtlich ist und wenn du die hier so lassen möchtest, auch visuell, dann hast du hier einen guten Fader, ein Lautstärke-Fader, mit dem du dein Schlagzeug lauter oder leiser machen kannst. Kommen wir jetzt zum dritten Tipp und das ist das Verschachteln von Drum-Instrumenten innerhalb einer Gruppe. Danach werde ich am öftesten gefragt. Vorher aber noch ein sehr cooler Shortcut. Und zwar, wenn ich jetzt hier eine Spur markiere und den Shortcut Shift-C wähle, das ist nämlich Spuren auswählen nach korrespondierenden Farben. Dann wählt er mir alle rosa Spuren aus. Das ist ein sehr, sehr guter Shortcut. Auch wenn du zum Beispiel mit nicht zusammenhängenden Spuren im Arrangement arbeiten möchtest und die gleich einfärbst, dann kannst du die alle auswählen über den Shortcut Shift-C. Dann wählt er alle Spuren aus, die rosa sind oder blau oder je nachdem, wie du sie eingefärbt hast. Und das ist auch richtig gut, wie gesagt, für manche organisatorische Aufgaben im Mix. Ich nehme jetzt den VCA-Fader wieder raus, also kein VCA. Was ich jetzt mache ist, ich markiere hier auch wieder alle und gehe dann hier auf Spur und Spurstapel reduzieren. Das heißt, ich löse jetzt diesen Spurstapel auf und pass mal auf, was passiert, wenn du jetzt auf den Mixer schaust. Zack, er hat mir den Spurstapel aufgelöst. Ich kann ihn jetzt nicht mehr einklappen. Das siehst du hier, dieses Klappfenster fehlt. Gleichzeitig hat er mir aber alle Drumspuren auf einen Bus geroutet, auf eine Gruppenspur, auf einen Orgs. Und das ist hier Drums. Ich kann es jetzt nicht mehr aus- und einklappen, aber ich habe hier alles auf eine Gruppenspur gesendet. Und auch hier kann ich jetzt über diesen Hauptfader von der Gruppenspur die Drums wieder leiser machen. Das ist sozusagen meine Hauptspur für die Drums. Gut, was soll das jetzt für einen Sinn ergeben? Zunächst mal ist es sehr hilfreich, gerade wenn wir hier zum Beispiel Kick, Kick Sample haben oder Kick In oder Kick Out von der Bassdrum oder Snare Top und Snare Bottom, also obere Snare Drum Mikrofon, tieferes Snare Drum Mikrofon, dann würden wir manchmal gerne die beiden Snare Drum Mikrofone mit einem und dem gleichen Effekt versehen. Das Problem bei Logic ist jetzt aber, wenn du einen Summenstapel erstellt hast, kannst du keinen Summenstapel in einen Summenstapel reinarbeiten, zu sagen. Und das ist immer ein bisschen doof bei Logic. Es gibt aber einen Trick, um das zu umgehen. Ich mache jetzt mal folgendes und zwar, ich werde diese Kick Drums hier, die beiden, die möchte ich gerne zusammenfassen. Ich wähle meinen Shortcut S und erzeuge einen Summenstapel. Das sind jetzt meine Kicks. Das sind meine Kicks und ich könnte jetzt hier zum Beispiel einfach einen Kompressor einsetzen oder was auch immer ich möchte. Okay, die kann ich jetzt hier einklappen. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem Snare Drum. Snare Drum Mikrofon nennen. Und ich gehe auch auf Summenstapel, nenne das Snares. Was wir jetzt also geschafft haben, ist, wir haben diese Kicks und diese Snares zusammengefasst, sodass wir beide Mikrofone mit dem gleichen Effekt belegen können. Und wir haben alle Drum Spuren hier drauf geroutet auf die Drum Spur. Diese gerouteten Spuren muss ich hier noch nehmen, also die zusammen gerouteten Spuren. Jetzt verlaufen alle Drums hier drüber und ich kann sie lauter und leiser ziehen. Was ich aber nicht kann, und das ist so geschickt an diesem Summenstapel, ist, den hier im Arrangement Fenster einzuklappen. Denn es geht nur über diese Summenstapel. Aber es gibt einen Trick, das zu umgehen. Und ich gehe jetzt hier mal mit der Snare und der Kick hier runter, dass wir hier diese zusammengefassten unten haben. Was wir jetzt machen, ist, wir legen uns einen Ordnerstapel an und damit kannst du die Sache nämlich umgehen. Ich lege mir jetzt hier einen Ordnerstapel an und er erzeugt mir hier einen VCA-Feder. Das siehst du hier, den kann ich hier aufklappen. Und alles, was ich jetzt machen muss, ist, ich ziehe alle anderen Spuren, die hier noch nicht drin sind, die ziehe ich hier in diesen Ordnerstapel rein. Und jetzt siehst du hier unten, zack, kann ich meine Spur zusammenklappen. Diese Frage habe ich tatsächlich mit am öftesten gestellt bekommen zum Thema Logic. Wie kann ich Drumspuren in einer Gruppenspur nochmal zusätzlich verschachteln? Ich hoffe, ich konnte diese Frage jetzt hier mit diesem Tipp Nummer 3 beantworten. Lass es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Und wenn du es nicht verstanden hast, schreib mir auch rein, dann versuche ich es vielleicht nochmal so zu erklären. Jetzt aber noch ein kleiner Bonustipp für dich, und zwar, wenn es ums Midi-Drum-Mixing geht. Ich lege mir hier mal gerade eine Midi-Spur an. Und was du jetzt machen kannst, und das wissen viele nicht, ist, du kannst dir ein fertig geroutetes und erstelltes Midi-Drum-Set erstellen. Und zwar, indem du über die Bibliothek hier gehst, Tastaturkurs Befehl Y. Und jetzt gehst du hier auf Drumkit. Dann gehst du auf Producer-Kits. Und dann gehst du auf Unmixed hier unten. Und jetzt hast du ein fertig angelegtes Drumkit. Das siehst du hier schon. Hier sind schon die Symbole drin. Du hast die Toms schon gepannt. Und du kannst es auch direkt schon anspielen. Und kannst jetzt hier direkt dein Midi-Drum-Kit abspielen. Kannst natürlich auch über einen Drummaschinen-Designer machen. Das ist ein bisschen oldschool, aber eigentlich gar nicht schlecht, wenn man es eher gewohnt ist, mit Audiospuren zu bearbeiten. Du hast es hier also schon komplett geroutet. Du hast es schon komplett gepannt und brauchst es nur noch nachstellen. Also das als kleiner Pro-Tipp für Midi-Drums, wie du die schnell bearbeiten kannst oder wie du dir schnell ein Midi-Drum-Setup erstellen kannst. Und du kannst die Einzelinstrumente natürlich auch austauschen untereinander. Wenn du noch mehr Tipps zum Thema Logic möchtest, wie du in Logic abmischen, Sounddesign oder Songs erstellen kannst, dann empfehle ich dir eines dieser beiden Videos. Ich habe sehr, sehr viele Videos darüber gedreht. Eine riesenlange Playlist. Wenn du effizienter arbeiten möchtest, wie gesagt, lad dir meine Workflow-Checkliste runter. Wirklich große Empfehlung. Die hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Und wenn dir das Video so weitergeholfen hat, freue ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns schon bald im nächsten Video. Dann mit einer kleinen Überraschung. Ich freue mich. Bis dahin. Ciao.